Was mich wirklich betrübt, vor ein paar Jahren hätte man noch gesagt, betroffen macht, sind Nachrichten, die in den letzten Tagen durch die Medien gegangen sind. Zum Beispiel, wie viele Menschen zurzeit unter psychischen Störungen leiden. Wie sich die Zahl der psychischen Störungen vervielfacht hat. Die ist nicht nur größer geworden, sie hat sich vervielfacht. Es gibt auch keine Betreuung für diese Menschen, weil es natürlich nicht genug Psychiater und andere Ärzte gibt. Aber für viele wird das Leben, ich will nicht sagen unerträglich, weil das eine Dramatisierung wäre, aber für viele wird auch das Leben in der Bundesrepublik schwer bis unerträglich, weil es nicht mehr ihr Leben ist. Und die Zahl, die Zunahme der psychischen Erkrankungen ist immer ein wahnsinniges Warnsignal, dass etwas schief läuft.